Ergisto Ott, ehemaliger Beamter des österreichischen Verfassungsschutzes BVT und derzeit in Untersuchungshaft, sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Er soll Informationen an Russland verkauft haben. Die Ermittler und Ermittlerinnen untersuchen, ob Unzufriedenheit am Arbeitsplatz unter Wunsch nach einem gehobenen Lebensstandard Motive sein könnten. In Ots Wohnsitz in Paternion und einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt wird Beweismaterial sichergestellt. Zwischen 2015 und 2017 fließen jährlich etwa 93.000 Euro auf Ots Konto. Ab 2018 reduziert sich die Summe auf durchschnittlich 28.000 Euro. Nach seiner Suspendierung und Versetzung zur Sicherheitsakademie verliert Ott Zugriff auf wichtige Datenbanken, was seine Einnahmen verringert. Trotzdem nutzt er internationale Kontakte weiter, vermutlich um Informationen an Russland weiterzugeben.